Musik 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 Ach, das ist für den legendären Wolf. Okay. Ich glaube, den will ich jetzt aber nicht haben. Oder soll ich den mal probieren? Ich weiß nicht. Naja, ich habe ja gespeichert, ne? Ich habe ja gespeichert. Jetzt ist es auf einmal da hinten. Ich glaube, ich muss hier eh absteigen, ne? Hallo? Das ist jetzt sie, die gut Schaden macht, oder? Ja. Nein, 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 ich wollte dich beruhigen. Hilfe! Hallo? Jetzt doch wieder nach da hinten. Okay. Ja. Okay. Ach, da hinten, okay. Wieso ist der jetzt aufs Lasso umgeschwingt? Mann, mach diese scheiß... Äh, boah, das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Aber ich hab ihn. Ey, diese scheiß Speichern, das geht mir so auf den Sack, dass der mich immer wieder fragt. Aber das ist der legendäre Wolf, oder? Ich mein, ja. Es tut mir leid, aber ich muss mal eben mein Erinnerungsfoto auf die Stelle machen. Ähm, jetzt nicht davon, dass der den häutet, aber zumindest von dem Wolf selber. Herz eines legendären Wolfs. Yes. Ich bin Gott. Schätzelein! Wir haben einen legendären Wolf getötet. Also ich, du nicht, du hast nur voll rumgestanden. Aber das macht nichts. So. Dann, äh, machen wir uns nochmal auf. Ich bin, äh, machen wir uns mal dazu. Ich bin, äh, machen wir uns nochmal auf die Stelle. Oh mein Gott, das geht. Genau, hier war es. Wenn ich das jetzt wieder nicht schaffe mit dem zweiten Sprung, dann drehe ich durch. Aber ich springe da immer runter. Ja, es ist wahrscheinlich doch besser. Also, es ist eine große Rolle. Ich kenne die Karte, die ich jetzt nicht schaffe. Ich kenne die Karte. Och, wie dämlich ist der. Das hat aber beim letzten Mal besser geklappt. Scheiße, kann ich den zweiten Sprung sicher auch wieder vergessen? Ja! Ja! Ich bin drüber! Oh Gott! Oh, jetzt bloß keinen Fehler machen. Könnte man hier hoch? Ja, kann man. Okay. Dann kann ich mir mal einen Überblick verschaffen. Weil ich muss, glaube ich, da reinspringen. Ich weiß aber nicht, ob ich so da reinspringen kann. Oh mein Gott. Okay, ich bin eher gefallen, als dass ich gesprungen bin. Aber ansonsten, ich bin drin. Oh mein Gott. Piraten rum? Baldrianwurzel? Okay. Ah, ein Goldbarren. Das ist also mit Schatz gemeint. Super! Richtig klasse. Ähm, ich schau mal. Doch, da ist auch noch einer. Oh! Oh, 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 oh. Zwei Goldbarren. Habe ich jetzt alle? Ich kann ja irgendwie so gar nichts sehen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier alle. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Kann man da rausspringen? Ich hoffe. Kommst du da raus? Ja, okay, er kommt da raus. Okay, sehr gut. Und ich denke mal, da irgendwo ist dann wohl gemeint, dass da, also dass ich nicht direkt gehen soll, sondern dass da noch was ist. Mal schauen, da kommen wir rein. Ich weiß nicht, ob wir in den anderen auch reinkommen. Vielleicht ist es ja auch draußen, aber ich meine, gut. Und wenn die Eisenwaggons abstürzen, dann gehe ich davon aus, dass es irgendwo in den Eisenwaggons drin ist. Ah, eine Kiste. Ja, oh, ich wollte gerade noch sagen, perfekt. Und schon nimmt das wieder nicht mal richtig an. Ja, es wäre perfekt, wenn du es auch durchsuchen würdest. Was haben wir denn hier? Ah, ein Schmuckbeutel und 20 Dollar und 12,20 Dollar. Ja, klasse. Ich sehe zwar jetzt hier überhaupt nichts mehr, aber da noch schließen drin stand, war es das wohl. Ja, super, klasse. Also hier kann man auf jeden Fall, zwar mit etwas Anstrengung zugegebenermaßen, aber man kann auf jeden Fall gut, ähm, na, gut, äh, ja, gut was verdienen. Ich habe nur jetzt keine Ahnung, wie ich jetzt wieder hier rauskomme. Ja, okay.